Er erzählte mir auch von Bolesia Sinkiewicz, der Frau von Rieu, La Rochelle, die er über die Untreue ihres Mannes hinweg tröstete und die ihm offensichtlich sehr gefallen hatte. Er erinnerte mich mit Vergnügen daran, wie er spärlich begleitet seine Doktorarbeit in der Wohnung abtippte, die Rieu ihnen überlassen hatte. Ich erinnere mich, dass er sie 1977 oder 1978 wieder sah und mit ihr zu Abend aß. Das war infolge eines Ansuchens von Seiten Dominique de Sentis, der damals eine Biografie über Rieu schrieb und es nicht schaffte, ein Treffen mit ihr zu erwirken. Lacan liebte es sehr, wenn man sich für ihn zerriss, aber er war auch fähig, sich abzurackern, um jemandem einen Dienst zu erweisen. Ja, auch nur, um einer bloße Laune zu befriedigen. Er war mehrmals vergeblich die sechs Stockwerke zu Olesia hinaufgegangen, denn sie hob nicht das Telefon ab. Letztlich fand er sie und lud sie zum Abendessen ein. Aber er stellte fest, dass sie sich nichts zu sagen hatten. Zitat, sie hat das Kapitelmann abgeschlossen, sagte er zu Dominique. Sie lebte damals mit einer Frau zusammen. Zitat, sie hat sich fest, LLC such tyον